Jeden Tag ist anders. Man weiss nie, ob plötzlich ein Zustand sich verändert und eine Notfallsituation irgendwo einem erwartet. Aber das ist auch zu lässig am Beruf, dass man nie weiss, was einem erwartet. Jeden Tag ist einzigartig. Es gibt schon Situationen, die näher gehen, die nicht so nahe gehen. Aber in der Regel kann ich damit gut umgehen. Am Anfang der Ausbildung war es recht schwer, weil man gar keine Ahnung hat, wie man das verarbeiten soll. Aber mit der Zeit geht es dann automatisch. Man wächst wie mit dem auf in der Lehre und man lernt damit umzugehen. Es ist schön, dass man mit der Klinik eigentlich recht grosse Ergebnisse schafft. Und die Personen sind sehr dankbar dafür. Ja, also ich bin immer sehr motiviert. Ich lerne sehr gerne neue Sachen und bin immer gut gelohnt. Ich kann auch gerne arbeiten gehen. Ich bin stärker geworden. Auch im Alltag, wenn es irgendjemandem vielleicht nicht so gut geht. Erkenne ich es schneller und kann auch versuchen, mit ihm zu reden und herauszufinden, was genau los ist. Vom ersten Moment habe ich mich wohl gefühlt und gesagt, ja, eigentlich ist das, was ich lernen will. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020